Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Let's Play Together Raph Bits. Hallo B und Drago. Hi. Die hier um mich rumstehen und mir auf den Sack gehen. Oh, wie freundlich. Und mich einfach nicht mehr ansehen. Warum ist jetzt eigentlich in den Einlager Sand und Ton und Schmutz? Weil das da reinpasst. Ah ja. Steine, Erze und Co. Dann habe ich es mal falsch einsortiert. Dann tut es mir leid. Ich habe sie zu Erze geschmissen. Geh nicht essen. Okay. Du sollst den Sand und die Erze nicht essen. Don't do it. Aber es lukt... Was? Es lukt... Es lukt... Es lukt... Jam, jam. Du sollst den... Du sollst den... Oh, mein Gott. Hey, tu nicht so, als wärst du nicht genauso blöd. Tu nicht so. Tu nicht so. Ja? Du bist du nicht so. Das ist einfach so. Das ist gar nichts einfach so. Doch. So. Fahren wir jetzt eigentlich weiter oder stehen wir noch immer still? Ich habe keine Ahnung. Wollt ihr noch mal irgendwas machen da? Nö. Ich bin gerade am Kochen. Ich mache deine Arbeit. Was bitte? Ja, komm. Hau mal die Motoren an. Okay. Mit der Axt oder mit der Machete? Oh. Mano, warum? Warum? Wie ist die Banone so krumm? Oh, benötigt Planken. Ich brauche mal ein Hohl. Ich glaube, wir müssen erst mal kurz zurückfahren. Warum? Ja, weil wir sonst gegen die Insel donnern. Ja. Das ist auch nicht so produktiv. Sag mal, wie lange kocht denn die Kacke hier? Lange. I don't knuff. I don't knuff. Hey! Wir hatten da so ein Ding hinter mich gestellt. Hehehehe. Okay. Ich glaube... Nee, warte mal. Ich glaube, wir müssen auch noch den... Was war das gerade? Das war ein... Irgendwas mit Bio und Biokraftstoff. Ich konnte da ein Hähnchenschenkel reintun. Ja, Biokraftstoff. Witzig. Nein, aber will ich nicht. Haben wir jetzt gerade zurück oder nicht? Weiß ich nicht. Weil da vorne bringt mir nichts. Wir paddeln gerade nach vorne. Das bringt mir nichts aus der Insel. Einmal umstellen. Eine Insel mit zwei Bergen. Danke. Stopp, 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 stopp. Dieses Gewackel. Mir wird schlecht. Lass das sein, Mensch. So, besser. Ja. Danke. Nach vorne jetzt bitte wieder. Ich will diesen scheiß dritten Motor noch auf der anderen Seite haben. Immer dieses Hin und Her gerennen, ey. Ja, dann hol ihn doch auf die Seite. Ja, das passt doch aber nicht mehr. Oder passt der noch da hinten dran? Das musst du ausprobieren. Ich muss gucken. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Vielleicht wird er stehen. Moment. Sonst musst du den ersten noch mal abnehmen und ein bisschen weiter nach vorne. Zum Weg. Sonst breche ich mir den Finger. Hier, guck mal. Ah, sehr gut. Der Finger noch. Er ist abgebrochen. Fast noch. Oh, jetzt wird bei mir unten rechts die ganze Zeit irgendwas mit Error angezeigt. Okay. Immer wieder. Wir sollten echt mal neu starten, die wirklich die andere rausschmeißen. Ich glaube, die sind voller. Ja, machen wir jetzt die Folge noch zu Ende und dann machen wir das. So. Ja, wir sind wieder auf QS. Yay. QS. QS. Und nur noch 700 Meter, dann haben wir es erreicht. Yay. Franz in Sicht, ey. Ich meine, Land in Sicht. Franz in Sicht? Warum Franz? Einfach so. Ja? Könntest du diese eine Treppe hier vielleicht eine Position nach rechts setzen, dass man hier vielleicht besser an den Motor rankommt? Ginge das? Dafür brauche ich Nägel. Nägel. Haben wir noch Nägel? Ich kann hier welche machen. Wir dürften noch welche haben. Ich mache schon. Äh, wir haben noch zwei. Wir haben fünf Minuten und ich muss mal pullern. Tja. Ja, blöd, ne? Ja. Nur noch 400 Meter. Musst nur noch 25 Minuten durchhalten. Weißt du denn, weißt du denn, welche Mods das sind, die fehlerhaft sind? Nope. Aber ich schätze mal auf jeden Fall die, wo Multiplayer nicht funktionell sind. Und die, wo halt nicht richtig funktionieren oder so, ne? Guck mal nach vorne. Hä? Oh nein, ist ja falsch. Ja, wir sind gleich da. Und wir stranden sogar direkt an, äh, an den, ähm, Dingensens. Wie heißt's? Anfang. Am Pier. Mach mal auch schnell die Dinger ausbekommen, das gerade. Warte. Äh, ich hau mal den Anker rein. Ja. So. Ich esse und sauf noch was und können wir los, oder? Ja. Ja. Das ist die. Oh, das nervt jetzt aber mit der Error-Meldung. Immer wieder. Faust ihn mir eben mal. Nee, alles gut. Ja, wenn das nervt, mich würde das so nerven, ich hätte da keinen Bock weiterzuspielen, solange das ist halt. Ja, dann müssen wir halt pausieren. Dann kann ich auch schnell aufs Klo gehen. Ja, gut. Genau. Würde ich sagen, machen wir das so, oder? Ja. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Wir pausieren mal eben hier. Bis gleich. Ich merke dir gar nicht. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder und haben rausgefunden, dass sich scheinbar das Schnellschwimmen, die Mod fürs Schnellschwimmen und Tieftauchen, in Anführungsstrichen, und die Mod für das Solarpanel nicht so ganz vertragen. Deswegen erscheint bei mir der Error und aus dem Grund war bei Salome auch die Map weg. Ja. Jetzt hat sie dieses Diver, dieses Tauchen ausgeschaltet und jetzt funktioniert wieder alles. Ja. Und jetzt haben wir es auch dunkel. Richtig seltsam. Oh, das ging aber flott. Ja. Würde ich sagen, machen wir uns so langsamer auf die Insel, wa? Ja, ich muss doch. Ja, ich muss mich gleich, ja, erstmal wieder trinken und essen. Ja. Ich stehe jetzt schon eine Weile. Ihr habt ja das ganze Problem quasi alleine lösen müssen, weil ich habe nichts mehr gehabt jetzt. Und demnach ist mein Futter und mein Trinken ein bisschen gezungen. Ähm, ich bräuchte entweder mal ein Becherchen oder jemand muss auffüllen. Ich kann auffüllen. Hast du alles aufgefüllt jetzt? Äh, leer gemacht? Nee, aber ich habe halt meine Flasche jetzt für die Tour wieder aufgefüllt. Das müssen wir erst leer machen, sonst geht es nicht. Achso, die ist noch komplett voll. Ja. Aber ich nehme mir auch mal was mit. Mach mal rein. Dings. Wir müssen doch noch die Wasserräder bauen. Ja, das machen wir dann aber, wenn wir hier durch sind, oder? Genau. Ja, jetzt haben wir eh alles aufgefüllt. Können wir? Moment, ich will gerade noch den Becher wieder wegbringen. Wanda. Kaffee. 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 Kaffee nehme ich auch noch mit für unterwegs. Ja, ich auch. Ich nehme zwar nicht mal ganz so viel, aber ich nehme halt mal alles mit für unterwegs. Ja, ich gehe mal wieder angeln. Wie sollt man wieder angeln? Ja, wollte ich gerade sagen, danach machen wir uns mal wieder ein bisschen ans Angeln. Und dann. Jep. Angeln wir zu dritt. Also Wanda. Auf geht's. Auf geht's. Ab geht's. Ab geht's. Rettungstruppe, aufi. Ja. Yeah. Räuber, Diebe, gehen auf Ganoventour. Doch zwei ganz Liebe sind schon auf ihrer Spur. Ist der Fall auch schwer, der Weg auf weit. Sie sind stets für dich bereit. Wir müssen geht es schlecht. Sie lösen jeden Fall, was sie auch tun. Das Böse hat die Zeit, sich auszurufen. Chip, 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 Chip. Wir sind so gestört. Beste Serie damals, ohne Witz. Ah, nicht ganz. Ich mochte Darkwing Duck mehr. Aber ich habe auch Chip und Chip geguckt. Ich habe Chip und Chip geliebt. Ja, ich habe es auch gerne geguckt. Aber ich habe eher mehr so Darkwing Duck auch gerne geguckt. Das war auch so meins. Zwo, eins. Risiko. Ich erhalte mich der Stimme. Ja, sieben. Oh, mag das noch das? So, wie kann man... War nie mein Ding. Ganz Entenhausen und Co. War nie mein Ding. So alles, was in diese Sparte gepasst hat. Rachlos jetzt erstmal. Ja, das kann ich nicht... Ich komme darauf nicht klar. Au. Oh nein. Ich gehe mir den Vogel helfen. Bis gleich. Mach das. Bring mir mal welchen mit. Wir haben nur einen. Was ist das? Was passiert da? Wer war's wo? Ich bin hier gerade am Schränke-Looten. Ich kann da irgendwie Wasser... Ich habe einen gebratenen Wels gefunden. Komm mal hier hoch. Ich kann hier Wasser auffüllen. Ich komme gerade zurück nach Hause und ich höre... Ein Begrüßungsei. Ich bin gerade am Looten. Ich habe gerade Zeit. Das ist das Wasser, was wir gerade angemacht haben. Was macht das? Ja, das war... Wenn du alles... Wenn du alles miteinander verbunden hast. Hier jetzt zum Beispiel das... Lieberreste. Immer nochmal an. Oh, eine Notiz. Forget it, du Kackvogel. Irgendwo plätschert es noch raus. Ich gucke mal nach der Problemsche. Ich glaube, die Löcher musste man irgendwie stoppen oder so. Ach, hier. Warte. Ich habe es gefunden. Ich muss nur da hochkommen. Das weiß ich nicht, wie ich das kenne. Ach, man kann das drehen. Ja, ja, ja. Das ist schon gedreht. Nee, das eine noch nicht. Ich komme da gerade nicht hoch. Ich muss erstmal herausfinden, wie ich da hochkomme. Ach, du bist da unten. Du musst das drehen. Du musst es nach unten drehen. Genau. So? Na, richtig nach unten. Genau. Und dann muss nochmal angemacht werden. Okay. Au. Und dann dürfte es eigentlich... Da weiß ich gar nichts. Doch, das... Woraus... Ah, das ist nicht... Das trifft noch nicht richtig, scheinbar. War es bei Chrissy da? Warte. Versuch jetzt. Jawoll, jetzt. Ah. Ich bin in eine Rille gefallen. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich bin weg. Da. So, nochmal bitte. Moment, Moment, Moment. Äh, wo ist denn das Ding? Da oben. Wo ist die Leiter hin? Sie ist weg. Da. Ah. Jetzt? Jawoll. Jetzt haben wir es. Was ist da jetzt... Wollen wir jetzt raus? Irgendwas, was wir brauchen. Sollen wir es auf? Moment. Warte, ich gehe mal runter. Einfach nur einschalten. Der Brunnen muss hier voll werden. Oh je, ich bin... Ich bin da. Nochmal bitte. Ja, einfach stopp. Teil der Seilrutsche. Ich habe es. Dankeschön. Neugier siegt immer. Genau. Ja, aber nicht, wenn man vergisst, hier die ganzen Dinger zu looten. Ich kriege hier überall Fressalien aus den Schränken. Du, ich bin ja bisher nur mit den Dingern da beschäftigt gewesen. Ach, da ist schon offen. Ja, und ich kann... Ich habe vergessen, dass man die Dinger hier auch komplett looten kann. Ich werde hier zugemüllt mit Essen. Super. Blöder Vogel. Hat jemand von euch den Fochelkopp mitgenommen? Ja, den habe ich auch. Ah, okay. Vogel. 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 Hop ihn auf. Vogel. Vogel. Blume. Hey, geh da durch. Blume. Oh, und ich habe meine Bienendingens nicht mit Scheißendreck. Hi. Hi. Deswegen musst du nicht runterspringen vor Schreck. Ich bin runtergefallen. Ich bin nicht gesprungen. Ja, ja, du hast mich gesehen, du hast dich erschreckt. Gibst du. Mhm. Eine Gebacke, nee, Kartoffel. Schrot. Alter, jetzt springen wir dieses Kackding rüber. Was ist los mit dir? Über den Wolken. Hi, 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 hi. Muss die Freiheit wohl geredet, sie los, hi. Oh, das ist auch ein schickes Blut, das da unten steht. Ja, ne? Das ist, äh, du, da war ein Meister im Werk. Ja, aber hallo, ne? So was Schickes habe ich auch noch nie gesehen. Haha. Daneben. Da neppe. Na. 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 Ja. Was ist da denn gelaufen? Ach, da ist noch ein Hall, ihr. Yes. Ja, blöd, ne? Ich bin leider versteckt, du blöder Vogel. Aber ich nicht. Hilfe! Ich hab da schon gelootet. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich hier wieder hochkomme. Toll. Ich hab mich ein bisschen verlaufen. Nicht ungewöhnlich. Oh, wie wär's denn hier mit der Leiter? Nee, hier wollte ich hin. Oh, hier oben ist noch ein Kabel. Oh, Mann! Ich will da hoch jetzt. Dann geh doch. Ich fall all's runter. Boah. Ich bin zu doof dafür. Das ist dann natürlich blöd. Ich bin zu doof zum Scheißen manchmal, ey. Hab's vergessen. Komm halt hoch. Bin zu doof dafür. Ja, das ist do, 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 do. Geil, du denkst ja, ach so. Als es bald mal, wo sie hin will. Hoch, runter, hoch und das nervt langsam. Oh, oh. Mist, Vogel. Ich bin auch da rüber gekommen. Oh, eine Kiste. Ha, dich hab ich aber auch getroffen. Kackviech. Eine Notiz. Eine Notiz. Hallo. Moin. Jetzt fall ich da wieder zwischen runter. Juhu. Oh, Mann. Du bist schuld. Leder. Leder. Och, Mensch. Jetzt komm ich nicht mehr rüber. Hm. Ich glaube, hier kommt man im Grunde gar nicht weiter. Habe ich so das Gefühl. Ui. Oh mein Gott. Fall da bloß nicht runter, Alter. Ah, hier waren wir auch noch nicht drüben. Sehr schön. Noch ein Halvir. Oh, Gott. Ja, ich noch alle. Bei dir heißen sie auch alle Halvir. Oh, ich hab, mein Rucksack ist voll. Oh, ich hab Metallpfeile. Wohl. Dann jagt mal den Vogel damit. Wie ohne Bogen. Ach so. Du bist ja süß. Gerne. Wir haben ein Rezept namens Lachsalat. Haben wir schon. Ach, Mann. Lachsalat? Ja. La Mara's Legumes. Ach, hier ist schon offen. Hier wurde schon geplündert. Noch ein Kabel. Juhu. Ne Kiste. Hier stehen jede Menge Konserven. Warum kann man die nicht mitnehmen? Mön. Hier, unser Brötchen von hier oben. Wo seid ihr denn? Hier oben irgendwo. Hallo. Warum kann man sich hier so einen Haken nicht mitnehmen? Oh. Drei Teile für die Seilrutsche. Wir haben noch eins. Toll. Aber jetzt wissen wir, wo es ist. Kannst du dir das merken, wie man da hinkommt? Äh, nein. Naja, doch. Hier oben bei diesen... Ähm... Wo man als erstes halt hingeht. Au. Er wirft mich drauf. Er wirft mich... Nee, er hat wegen dir. Glaube ich. Ja. Ähm. Mit der roten Fahne auf... Fahne mit P-F-R. Mit der roten Fahne. Fahne. Da, wo auf jeden Fall, wo man hochgehen muss, wo die ganzen Wohnwagen sind. Und da muss man sich durchmanövrieren, bis man einmal hochlaufen kann. Oh. Also diese Zugwagen-Dinger da. Aber jetzt ist die Frage, wofür diese Teile... Möchte jemand den Eisenpfeil haben? Ja, nö. Ist eigentlich egal. Dann schmeiß ich ihn weg. Weil so ein eiseler Pfeil, der nimmt richtig fett Platz weg. Ach, schmeiß ihn weg. Okay. Weg. So. Wo kann man denn mal noch lang gehen? Ich hab einen Bolzen... War nicht auch irgendwas unter Wasser gewesen? Bin ich mir grad nicht mehr so sicher. Ja, stimmt. Irgendwas war noch unter Wasser. Ich erinnere mich. Hi, Halvir. Irgendwas war noch unter Wasser. Ich erinnere mich, ja. Dann viel Spaß. Oh, gleich. Ist auch schon geplündert. Ist ja langweilig. Ah, schon mal nicht. Guck mal, hier ist was für ein Fahrrad. Ich bin mal unten im Wasser und guck mal, ob ich das finde. Ja, ich finde eine Spur, hab ich hier gefunden. Schlauch, aus dem man folgen kann. Ja, genau den. Genau den. Das ist Kugelfisch. Ich mag da nicht alleine sein. Hast du Pfeil und Bogen? Dann schieß ihn ab. Du Kackhai. Kommt trotzdem jemand zu mir? Nö. Schieß ihn doch einfach ab. Der macht nix. Du musst nur immer rechtzeitig schießen, wenn er auf dich zukommt. Ja, du musst so rückwärts. Du musst rückwärts schwimmen dabei. Wie beim Hai halt eigentlich. Dann tue ich mir meine Tauchermaske aufsetzen und los geht's. Ich hätte vorher... Hättest dir auch einen Kugelfischkopf aufsetzen können. Ja, hab ich aber jetzt nicht dabei. Ja, ich schon. Also was heißt ich schon? Aber ich bin gerade am Floß. Trink jetzt erstmal schnell was. Dann warte mal kurz. Ich bringe mit. Ah ja, da bin ich schon mal da bin. Da kann ich auch mal den Krimskrams hier einlagern. Dieses Metallgeschlumpster. Klatsche ist jetzt einfach mal irgendwo rein. Sorry, wenn es eventuell falsch liegt. Ist mir jetzt aber gerade mal scheißegal. So, ich hätte gerne noch mal ein Hai-Kopf. Ich glaube nicht, dass es hier Bären gibt. Na? Kackviech! Geh kacken! Was ist passiert? Ich meinte den blöden Vogel. Was passiert? Wie triffst du mich hier? Hier ist nicht mal ein Loch in der Decke. Willst du dich verarschen? Nicht aufregen. Alles ist gut. Hallo! Hi! Warte! Warte! Hast du? Ja! Und... Bäh! 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 Das sieht so scheiße aus. Huch! Was hast du da fallen lassen? Ach so, das Rezept. Das sieht aus wie so eine Weltkriegsbombe hier, das Ding. Ja! Kann ich hier einmal Luft holen? Ah, hier kann ich Luft holen! Cool! Wo ist er? Wo ist er? Okay, Kugelfisch hat sich erledigt. Wieso? Er hat mich gesehen, ich ihn nicht und er ist an mir explodiert. Deswegen ist hier gerade so eine gelbe Wolke. Ah. Ich ziehe mich tief hier nach unten. Uff, 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 uff. Luft holen. Warum ein Kugelfisch überhaupt explodiert, erschließt sich mir das. Naja. Warum ist die ganze Welt hier unter Wasser? Ja, das ist aber trotzdem doch logischer als ein Kugelfisch, der plötzlich explodiert. Verdammt. Oh, hier sind scheinbar eine ganze Menge Kugelfische. Ja. Der ganze Weg nach unten ist voller Kugelfische. Uiuiuiuiuiui. Da möchte ich eigentlich gar nicht so lange verweilen. Oh, ein Schlüssel. Krankenstation. Und? Ja, noch ein Teil der Seilrutsche. Und? Metalldetektor. Wo bist du denn? Das war alles hier unten drin. Das heißt, ein Teil fehlt uns noch, ne? Ja, eins oder zwei? Ein Teil, drei hieß es doch. Ein Teil. Wie geht das tief runter? Ja, ne? Uiuiuiuiui. Das habe ich gar nicht mal so tief in Erinnerung, tatsächlich. Ich gucke mich hier nochmal um. Aber so sehe ich jetzt eigentlich nichts mehr. Ups, da kommt schon wieder ein Kugelfisch. Ja? Ein Kugelfisch. Weg mit dich. Ein Kugelfisch. 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 Der googelt. Ja. Jetzt könnte ich das Ding gebrauchen. Der googelt seinen Namen. Ja. Der googelfisch, der googelt sich. Oh mein Gott. Ich bin in irgendeiner da. Jetzt könnte ich diesen komischen Kopf gebrauchen. Oh je. Ja. Ich sehe den Meeresspiegel oben. Yay. Oh, it's dunkel. Dark out there. It's dark. So dark. Wo seid ihr denn alle schon wieder hin? Ich bin immer noch unter Wasser. Also ich bin, also bin weiter am erkunden, weil ich hoffen habe, so was zu finden. Oh, ich habe was entdeckt. Benötigt ihr ein exklusives Pulver? Hier ist eine Notiz. Ach, schade. Kein Teil mehr hier. Ich laufe hier mal weiter rum. Gucke mal. Oh, ein Fischeintopf. Ne, da komme ich nicht rüber. Das riskiere ich nicht. Aber da kann ich hin. Da ist alles noch ungeöffnet. Wo war das letzte Teil? Ah, Luft. Hi. Hi. Ah, hi. Kackvogel, du gehst mir auf den Sack. Oh, ich sollte mal den Haikop ab, dass ich mehr sehe. Wem sagst du das? Irgendwie kommt man auch da drauf noch. Hüeeh. 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 Hm. Braucht euch jemand anderem das Zeug auf den Dates. Hört immer Mia. Ja, zum Beispiel Mia. Ja, zum Beispiel ihm. Hm. Nee, hier scheint nix mehr. So liegt Kunststoff rum. Bididum. Einfach Kunststoff rum. Bididum. Ah, da hinten ist das Medi-Ding da, ne? Da kommen aber so nicht hin, oder wie? Äh, ich hab keine Ahnung. So, wo bin ich denn hier? Ich glaub, hier war schon jemand. Oh, schön. Ich hab ein Gericht aufgesammelt, das heißt Kopfbrühe. Äh. Sag ich doch. Ich bin bei einer roten Flagge. Ah, ich bin runtergefallen. Oh, ich glaub, ich weiß, wo ich bin. Nix gefunden. Ich dachte schon. Ich dachte schon, ich hätte was Tolles gefunden. Aua. Mistvieh. Komm doch mal hier runter, du feige Ratte. Und stell dich bei der Maräte, du Kackbratze. Schwarz und noch mal. Naja, das war Wasser. Wieder Metallpfeil. Braucht kein Schwein. Gesundheit, Gesundheit. 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 Danke. Danke. So, Schrott. Toll. Wie kommt man da am dümmsten hin? Vermute mal mit diesem Seildingensbummens, das wir erst mal finden. Ja, aber das ist, wo ist denn das bitte? Ich hab jetzt gefühlt, die ganze Insel abgesucht. Geh mal googeln. Jupp. Wo ist denn Weihnachten? Ich bin ne Maggugeln, du. Oh, jetzt bin ich schon wieder runtergeklatscht. Äh, Seilwindee. Tipps zu Caravan Island. Hi. Hi. Falls du nicht meinst. Nein. Oh, hi. Entscheidend für den Abschluss ist das Freischauen der Seilrutsche. Dann haben wir jetzt die drei Teile. Da warst du drüben, oder? Ich war überall jetzt hier, ja. Für ein anderes Teil benötigen sie explosives Pulver, um damit die Rakete in die Luft zu schießen. Diese landet auf der vorgelagerten Insel und gibt außerdem die Figur Major Tom preis. Wow. Ein weiteres Teil erhalten sie durch das richtige Ausrichten des Rohrsystems. Das haben wir ja schon gemacht. Ja, da waren wir noch nicht. Da kommen wir nur mit Seilwände hin. Da wartet ihr auf Caravan Island die Blaupause für den Metalldetektor. Die haben wir schon. Mit dem können sie nach wertvollen Materialien wie Titan suchen. Da Caravan Island nicht groß ist, erreichen sie ihr Fluss stets in kurzer Zeit. Besonders viel Verpflegung müssen sie deswegen nicht mitnehmen. Okay, wir müssen also noch einmal dieses explosive Pulver machen, dass wir die Rakete in die Luftjahre können. Wie macht man das nochmal? Ja, mit diesem Zeug, wo der Kugelfisch fallen lässt. Da müssten wir ja eigentlich ein bisschen was haben. Ich hab eins. Zwei sogar. Ja, dann mach los. Das Pulver oder das von dem Kugelfisch? Von dem Kugelfisch. Kugelfisch. Ja, dann musst du das in die Schmiede schmeißen. Moment. Hallo, hi. Scheiße. Schmiede. Komm gleich zu dir, ja? Zu wem? Zu dir oder bist du nicht auf dem Floß? Ich bin auf dem Floß. Ja, also muss ich ja trotz dir. Wie kann man nochmal den Schuss abbrechen? Wenn du den Schuss hast, rechte Baustaste gedrückt halten und dann die linke los. Ah, okay, danke. Bitte. Nee, das kommt dann nicht hin. Ja, machen wir erst fertig, oder? Ja, wo ist er denn? Er ist jetzt hier gelandet. Ich hab leider keinen Fall. Ich kann euch da leider nicht wirklich helfen. Aber in der Krankenstation waren wir jetzt so. Warte, können wir noch nicht hin, ne? Nee, da waren wir noch nicht. Okay. Er ist tot. Er fällt da unten runter. Yay! Aber er ist tot. Für mich. Wo ist das los? Bei mir. Wie ging es jetzt zur Richtung? Ja, geil. Dann gehe ich hier runter. Geh durch, da lang, da drüben, da rechts, da links. Weil es stimmt, er kommt relativ schnell zu seinem Floß. Ah, zumindest ist gerade wieder hell. So, ich soll Explosives irgendwas herstellen. Wie geht das? Ja, einfach so ein Kugelfisch-Zeug in die Schmiede schmeißen. Okay. Soll ich beides machen oder nur eins? Kannst du, glaube ich, auch beides machen. Oh, wir haben 36 Minuten, meine Lieben. Oh. Da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, ne? Also, tschüss. Tschüss. Tschüss.